Hallo Leute und willkommen zu einer kleinen Folge hier bei mir auf N-Rise Zockt. Ja, erstmal möchte ich mich bei der coolen Socke, den Tobias, bedanken, dass er mir das hier ermöglicht, dass ich auf seinem Kanal promotet werde. Ja, wer bin ich und wie heiße ich? Also ich bin der Jan, bin 17 Jahre alt, spiele auf dem Server Gunther, spiele ein Level 48, Körperkrieger mit dem Skill Aura P, bin ein relativ guter PVM-Typ. Ich versuche auf meinem Kanal zu zeigen, wie ihr relativ schnell Geld macht. Ich habe auch weitere Projekte, wie auf Sykorax zum Beispiel ein Projekt, wie ich euch zeige, wie ihr von Level 1 spielt bis Level 105, ohne irgendein Groß im Item Shop zu shoppen, besser gesagt gar nicht, euch die DR-Gutscheine dann eben so kauft. Ja, was gibt es denn zu mir zu sagen? Also ich bin 17 Jahre alt, spiele auf dem Server Gunther, bin Level 48, am Wochenende wird jetzt noch auf 55 gelevelt. Ich muss sagen, Militärgoal, ja, wir haben ein Pferd, das ist Level 11. Naja, vielleicht kennen mich schon ein paar, vielleicht kennen auch noch die anderen YouTuber, die in meiner Gilde sind. Also wir haben sozusagen eine YouTuber-Gilde, unsere Gilde ist Level 16 schon, da wir die Gilde relativ oft aufmachen, weil wir ziemlich viele Farmer drin haben. Ja, wir haben den Leakion zum Beispiel in der Gilde, dann haben wir den Relentless in der Gilde, den Doppler auch, den Perfect, den kennen bestimmt auch viele. Ja, der Evan Sockt will jetzt auch auf unseren Server kommen. Ja, ich fände es mal cool, wenn ihr auf meinem Kanal schaut und vielleicht auch ein Abo und einen Daumen hoch lasst und macht euch einfach ein eigenes Bild von mir. Euer Enrys, bis zum nächsten Mal. Ciao!